Hallo? Hi! Yoshi? Äh... Du kennst ja noch Drachen, ne? Der beleidigt voll herum, ne? Und ich hab's auf Video. Und ich hab's auf Video, dass er herum beleidigt, also Julian. Ja, und dann verlassen, ne? Macht nichts. Macht nichts. Ne, keine Sorge. Ja. Keine Angst, in dem Sinn ich so böse. Der Ball im Vortrag schaut ein bisschen zu groß aus, gell? Finde ich. Das hat... Ja, ich warte... Ach so, sorry. Weil... Das hat mich gestern zu einem Scammer voll spannt. Der hat mich mal um eine Super-Schrad in Radity World gescammt. Und... Ich hab ihn dann auch gestern gescammt. Um eine Nocturne, also Black Scar 82 Blitz. Mit Element. Matthias, warum? Ja. Alter, ich hab alles auf YouTube, ne? Ich kann's einfach hochladen. Ich hab die ganze Geschichte aufgenommen. Ja. Ja. Das war's für heute.